Mahlzeit zusammen und herzlich Willkommen zu den Netsville Buddies und zum Feierabend Chaos mit uns. Der Pharahel, hallo. Und der Lasko. Danke. Bitte. Komm wir gehen nach C. Hatten auch nur alle die Idee. Ja, wie immer halt. Und B. Nee, 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 nee. Ich hab doch keine Ausdauer mehr. Schafft man nur einen Ausdauerkill? Yes. Läuft. Markenzeichen und so, ne? Ja, und dann sogar noch allererster Kill. Sehr geil. Bombe. First Blood ist doch dein Ding, ne? Ja. Und wenn's dann auch noch ohne Ausdauer ist, mega. Ja, oder First und Letzte, ne? Ja. Das geht natürlich auch. Das ist ja gar keiner bei B oder was? Doch nicht. Die gehen alle auf mich. Die sind alle auf mich gegangen. Ja, du hast was Anziehendes. Die lieben mich. Am besten zerstückelt. Ohne C. Hallo. Du hast mich gerade wiederbelebt, ne? Nein. Nee. Da war halt jemand anders. Haha. Aber ich war zu schnell. Komm, wir gehen nach C. Ja, muss ich auch. Ich muss mich heilen. Nee, bei C sind zwei. Deswegen. Oh, ich hab einen Raider. Nein. Ich hab ihn exekutiert. Oh. Der hat mich in die Pfütze geschmissen. Bin ertrunken. Oh, man. Oh man. Du wirst grad hier hämmerter, Mann. Hämmerter. Ja, ich weiß nicht. So langsam werden die neuen Chars echt komisch. Oha, verdammt. Ja klar, wir haben euch zugegenschmeißen. Schau das mal an. Ja, ich hebe dich sofort aus. Penner, ey. Oder auch nicht. Ne, ich spawn mal. Okay. Besser ist das. Block mal alles, vielleicht helfe ich dir noch. Oha, jetzt sind wir schon zu dritt hier. Ja, ich komm ja schon. Du leuchtest von Weitem. Einen nehm ich dir jetzt weg. Ja, den Raider. Oha, kommt da noch einer. Dann hab ich auch noch gebrannt. Mein Gott. Da gehen wir mal wieder nach C. Hm, Hafenkeilerei. Ich warte mal bis du kommst. Ich seh das schon. Ich komm schon. Komm zurück nach C. Das ist der Respawn. Warte noch. 3, 2, 1. So. So. Ich komm. Was ne gute Runde. Jetzt versucht. Aber jetzt hat der Raider mich umlaufen. Ja. Was ist denn bei dir doch so gerast. Äh, Autobahn und Autos. Tod. Alter. Zocken die alle zusammen im Kingspeak? Ja, ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich die lange Pause. Ah. Äh, ne Raider Kree auch noch. Ja, der ist nicht so gut. Das stimmt. Und weg. Da hab ich auch schon 2, 3 Miles. So, wir haben es geschafft ey. Nach 18 Respawns. Ja. Gerade so zur Grenze der Peinlichkeit. Aber gut. So. So. B haben wir auch. Hab ne A. Ja, pass auf. Oben. Bei B ist jemand da oben gerannt. Bei B? Ja. Also da oben da auf den komischen Steg. Komm jetzt zu dir. Na A. Alles gut. Auf 2 hier. Ich wurde gestoppt. Ja, wir haben einen gestoppt. Hey. Hey. Hm. Wo war eigentlich ein scheiß Guardbrick? Ah, ich geh da mal wieder nach C. Ich warte noch auf Belebung. Der Gladiator hat den jetzt besiegt. Ja, sehr gut. Nice. Aber C ist nämlich gerade keiner. Hallo. Oh. 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 Der Tor hat sich ablenken lassen und jetzt schafft er es nicht. Voll Idiot. Ich komm. C. B. Ja, ist schon fertig. Nee, C wird eingenommen. Auch schon wieder. Jupp. Zwei bei C. Ich komm zurück. Ach, der Raider. Alter Schlag. 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 Das ist ekelhaft, Kollege. Lass doch was anderes einfallen, ey. Das ist ja langweilig. Wahrscheinlich kann der anfangen nix. Und ihm haut er dich mit jedem zweiten Schlag um. Ist ja bescheuert. Oh ja. Ach ja. Dein Team bricht ein. Dann gehen wir doch mal nach C. Abwechslungsrecht bei uns. Abwechslungsrecht. Ich hasse ja auch. Da ist der komische Schläger da. Ja, nicht mehr lange. So. Fuck you. Bitch. Und weiter geht's. Danke. Das brauchte ich aber jetzt auch. Guck mal hier bei B ist schon wieder so ein Hammer Schwinger. Und der Raider. Ich versteh's nicht. Du kannst ihn auch nicht dodgen, ne? Oh. Von hinten. Feigenschweine. Autsch, autsch, autsch. Sag ja von hinten. Bremsen am besten. Puh Leute. Fast eine Zumutung. Aber so sind wir halt. Wir schneiden's nicht. Wir bringen's raus. Es gibt gute und schlechte Runden. Ganz genau. Das war mal ne gute, nein. 6, 7. Es geht. Du bist ja immerhin noch im Plus. Ich vertone das nicht so komisch. Tschüss.